Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa, heute mal mit einer weiteren Mod-Vorstellung, denn es ist eine neue Strecke rausgekommen und zwar der Feldbergring, der gute Fett Alfie, der auch schon den Thompson Raceway, glaube ich, gemacht hat, hat sich eine weitere historische Strecke rausgepickt und sich für den Feldbergring entschieden. Das ist eine sehr interessante Strecke im Taunus in Hessen, die von 1920 bis 1955, glaube ich, gefahren wurde, da gab es einen großen Le Mans-Unfall, die Strecke mussten sicherer werden und hätten dann außerhalb der, also hätte verlicht werden müssen generell die Rennstrecke und da hatten wir dann sich gedacht, nö, machen wir nicht. Dann ist halt 1955 das letzte Renn hier gewesen, das letzte Feldbergrennen und ja, genau dieses Rennen hat versucht, der Fett Alfie nachzubilden, beziehungsweise diese Ära hat er versucht nachzubilden und das sieht man auch. Und Leute, ich bin hierher gefahren, das waren jetzt fünf Kilometer vielleicht von dieser elf, zwölf Kilometer langen Strecke und das war der Hammer. Das war der Hammer, das werden wir uns schön im Retro-Reality angucken, ich setze die Brille auf. So, und da sitzen wir auch schon im Auto, ich habe mir den Sechszylinder Maserati 250 echt F mal geschnappt. Ich würde sagen, wir gehen zurück in die Box und drücken auf Fahren. So, und ich würde sagen, dann legen wir los und gucken uns direkt schon mal ein bisschen um. Also erstmal hier, das ist mein Auto, ne, Sechszylinder und eine dicke, wo ist der Ausbruch vor? Ich weiß nicht. Doch, da ist das Ausbruch vor, natürlich, klar. Klingt so. 670 Kilo, ich glaube etwa so um die 300 PS, wenn ich richtig von mir bin und ja, am Fahrradreifen. Und das Auto werden wir jetzt nutzen, um hier standesgemäß uns mal den Feldbergrennen 1955 anzuschauen. Und ich muss sagen, und das gleiche Gefühl habe ich jetzt auch nochmal, ich habe wirklich nur die paar Kilometer bis zu diesem Gebäude da gefahren. Ich muss sagen, die Atmosphäre ist so geil und die wirkt so deutsch-landstraßenmäßig. Da kann Aspazan noch sich ein paar Scheiben von abschneiden. Ich habe gelesen, dass er hier 40.000 Bäume gepflanzt hat. Es gibt keine Baumwand sozusagen, wo dann einfach nur eine Baumtextur genommen, gespiegelt und verwendet wurde. Sondern es sind alles einzelne Bäume. Oh, guck doch mal, wie geil. Wie geil ist das denn bitte? Richtig schön kleines Dörfchen. Und hier geht es ja mega. Oh, guck mal. Rauch aus dem Schornstein des Hauses. Bewegt er sich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht wackelt die Brille. Ich glaube, der bewegt sich ein bisschen. Das ist ja geil. Animiert der Rauch. Guck mal, hier ist ein Kopfsteinpflaster. Da nochmal. Es raucht hier auf jeden Fall. Es ist kalt. Fahren wir hier auf die Kirche zu. Boah, ist das geil. Zieht euch mal die Atmosphäre rein, bitte. Wie geil ist das denn bitte? Texturen sehen mega aus. Gebäude sind alle detailreich gemacht. So viele Bäume, so viele Büsche. Hier ein Laternchen. Die Bordsteinkante sieht geil aus. Ich bin absolut begeistert von dieser Mod hier gerade. Und wir sind erst ein paar hundert Meter in Schritttempo gefahren. Guck mal, auch hier. Oh geil, kann man hier hoch. Nee, da ist zu. Aber so Holzleitplanken an den Seiten. Überall steht noch was rum. Guck mal, selbst da unten Heuballen. Nee, Zelte oder was sind das? Ich glaube, Zelte. Wow. Wow, wow, wow. Absolute Liebe zum Detail. Und davon, von diesen Details gibt es hier eine ganze, ganze Menge. Das ist ja der Hammer. Link dazu in der Videobeschreibung. Fett Alfie. Direkt schon mal ein Applaus hier. 24 Pitboxen gibt es. Man kann eine Zeitrennen fahren, Hotlab. Oder eben gegen die KI, haben wir gerade schon gesehen. Da wurde man schon überholt. Ey, diese Umgebung. Guck dich das mal an. Das sieht mega geil aus. Jetzt ist es so aus, als ob da wirklich, keine Ahnung, 200 Meter Weg, gerade nach links. Und dann bist du im Wald. Und, 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 du hast hier nicht das Gefühl von so einer, von so einer Begrenzung, von einer Strecke mit Grenze. Die wirkt so, die wirkt so offen. Die Welt wirkt so groß. Was hätte du kosten als Skyrim? Okay, das ist echt mega geil. Das ist vor allen Dingen so geil von dieser Atmosphäre her, dass ich die ganze Zeit das Belöfnis habe, auf der rechten Straßenseite zu fahren. So, und hier sind wir, glaube ich, an dem Roten Kreuz Hotel oder was das war. Genau, hier habe ich vorhin geparkt. So, und weiter bin ich noch gar nicht gefahren. Das ist das Gasthaus Rotes Kreuz. Alles klar. Ja, und ich bin gleich mal gespannt, wenn wir hier mal ein bisschen Gas geben, wie sich das anfühlt. Och, guck mal hier, auch das Laub. Oh, was schön. Also, das ist ja echt herrlich gemacht. Das ist Liebe zum Detail. Ich glaube, da steckt eine Menge Arbeit drin. Ich glaube, der hat so geschrieben, zwei Jahre on and off work. Also, mal daran gearbeitet, mal ein bisschen liegen gelassen und so. Aber insgesamt zwei Jahre. Und um das mal als Kompliment zu formulieren, das sieht man dieser Strecke durchaus an. Also, Respekt. Naja, auf jeden Fall wurden und werden, oder wurden, wurden hier auch sehr viele Motorradrennen veranstaltet. Und das finde ich sehr krank, gerade wenn wir uns diese, diese, ja, ganz tiefe Kopfsteinpflasterstraße im Dorf mit Motorrädern vorstellen. Das muss ja unfassbar sein. Elf oder circa zwölf Kilometer ist die Strecke, glaube ich, lang. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis wir hier die erste Runde mal abschließen. Aber ich glaube, das wird jetzt schon so geil. Das macht jetzt schon so Spaß, wenn wir hier mal ein bisschen... Geschwindigkeit und Fahrt aufnehmen. Dann wird es richtig witzig. Boah, aber hier sieht es überall so aus, als könnte man aussteigen und hier mal so rumlaufen. Mal ein paar Blumen pflücken. Oder hier hoch. Auf den Stand klettern. Also, es wirkt wirklich sehr lebensecht. Und das ist ja eigentlich das, was Assetto Corsa eher so auf Standardschrecken nicht so gut kann, ne? Also, da sieht es ja dann meistens immer so ein bisschen Trost aus und wirkt so ein bisschen leblos, weil sich da auch nichts bewegt und so. Aber das ist hier alleine durch die Anordnung und die Anzahl der Objekte und Details, die platziert wurden, einfach mal komplett ausgehebelt. Guck mal da! Ey, das sieht mega geil aus, Leute. Das war, wenn ich jetzt hier so umschleiche. Aber ich will mir das selber auch angucken. Ich habe immer so ein bisschen Race Department den Fortschritt gesehen von der Strecke und habe gedacht, boah, geil, das kann ein richtiges Schätzchen werden. Aber dass das so ein Schätzchen wird, zumindest optisch, hätte ich vorher nicht gedacht. Die Frage ist natürlich, wie gut wird es sich fahren lassen mit hohen Geschwindigkeiten? Das können wir gleich mal rausfinden. Ja, und das ist ja so ein bisschen eine Strecke aus der alten Generation. So ein bisschen, was die Nordschleife auch mal früher war und eigentlich immer noch ist. Aber eben halt auch so Sparfrancochon. So diese großen, langen, schnellen Strecken durch mehrere Ortschaften und keine wirkliche Motorsport-Arena, so wie wir es heute mit neuen Strecken dann haben. So, ich glaube, hier werden wir sterben. Also nicht jetzt, sondern in den Runden danach, in den folgenden. Ich kann auch diesen Maserati eigentlich nur ans Herz legen, der sehr, sehr geil zu fahren ist. Denn, äh, achso, ich glaube, ich bin jetzt auch gerade aus. Denn der kam ja mit dem Redpack-DLC ins Spiel. Haben wir fünf Gänge? Ah nein, haben wir nicht. Und, äh, wo der ins Spiel kam, war der sehr, sehr zickig. Beziehungsweise einfach nur am Übersteuern. Die ganze Zeit konstant, hieber quer. Und, äh, vor einem Jahr oder so wurde da was nachgepatcht. Und zwar wurde die Star-Achse jetzt simuliert in der Sette Corsa. Also es wurde einprogrammiert ins Spiel, das sich so und so verhält. Waren, jetzt können wir eine Star-Achse simulieren. So, und hier ist aber wieder Start-Ziel. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen Gummi. Na, auf jeden Fall hat dieser Sechszylinder und auch der Zwölfzylinder noch, ich glaube, Alfa Romeo GTA seitdem eine Star-Achse. Und seitdem ist der hier auch ein bisschen freundlicher zu fahren. Geht natürlich immer noch quer wie Sau. Oh Gott. So, ich stelle euch diese Passage mal mit dem Torrädern vor. Unfassbar. Da kannst du direkt schon mal ein Gebet loslassen, wenn du da auf die Kirche zufährst. Guckt, dass unsere Tremelbromsen, äh, Trommelbremsen, mein Gott, Tremelbromsen. Können nicht überfordert werden hier. Hala. Ich merke, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Ich habe die Kirche zufährst. Ey, das sieht so geil aus, diese Weitsicht, die man hat. Du denkst halt wirklich, das ist so eine abgelegene Landstraße einfach. In so einer schönen kleinen Ortschaft. Außerhalb der Großstädten. Höchst beeindruckend, wie authentisch das hier alles rüberkommt. Also, ganz, ganz großes Tennis. Ich hab schon gesehen, der Ray von den Pixelhelden hat da auch ein Video zu gemacht. Ich glaub, mit dem Ferrari. Das hab ich mir aber noch nicht angeguckt. Aber da bin ich mal sehr auf seine Meinung gespannt. Weil, also rein optisch, rein vom Detailrad her, gibt's nicht viele Streckenmodus, die im Mithalten können, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen gerade durch die Oculus Rift blenden lasse und das irgendwie aus dem 2D-Bildschirm gar nicht so geil rüberkommt. Ohohoho, nein, aua! Da bricht doch alles direkt. Bei unserer kleinen, dünnen Radaufhängung vorne. Naja, ich hab hier eigentlich noch 14 Gegner draufgepackt, wovon wir einen bisher gesehen haben. Wunderbar. Ach, da ist noch einer. Sehr gut. Können wir vielleicht versuchen, denen ein bisschen zu folgen. Na, das war... Haha! Dann haben wir den Spaß hier selber klar. Okay, wir sind viel zu schnell. Na gut, lassen wir dich mal überholen. Dann kann er uns ein bisschen den Weg weisen. Aber die Stelle ist auch geil hier. So, ich überhole mich. Aha. Da ist die 12-Zylinder-Version. Dann dürfte ich, glaube ich, ein bisschen mehr PS haben. Ohohoho, ich ver Convention sagt es in der Überholenung. Jetzt befissez uns nicht nur mit dem Cap healthcare. Aber hier schon bei ihr Kon-A-A-A-A. Ja, also KI steht auf 96 Prozent, deswegen ist sie ja auch noch nicht so schnell unterwegs auf dem Feldberg. Ihr kennt die aber schon den Bremspunkt, den ich noch nicht kenne. Ich habe es vorhin prophezeit, die werden wir sterben. Nein, das sind nur Strohballen. Ich würde gerne an der KI noch dranbleiben. So, und jetzt stellt euch hier mal ein Nobus 940 vor. Stellt euch hier mal, keine Ahnung, setzt um einfach um GTA oder ein Sim 18 Spider. Oder vielleicht sogar ein Lola. Oder vielleicht auch ein Hypercar-Rennen vor. So, maximale Speed hier. Und da ist doch Startziel. Okay, noch gar nicht. Kommt aber gleich. Jawohl, hier. Alles klar. Oh Gott, das hätte doch gar nicht hier denn echt schon wieder Schaden gegeben. Und hier verremsen. Das dürfen wir nicht vergessen. Alter, wie es hier bergab geht. Ich weiß ja gar nicht, ob das gut rüberkommt im Video. Aber hier geht es richtig bergab. Das ist sehr, sehr steil. Oh Gott. Das ist ein kleiner Sieg. gewesen, den man so gar nicht sieht. Müssen wir uns die Strecke einfach nochmal mit dem Staircase-Truck anschauen. Um hier alle Details mitzukriegen. Oh Gott, nicht nur bis zum Bedeutung. Und hier geht es um die Strecke einfach mal mitzubekommen. Und hier geht es um die Strecke einfach mal mitzubekommen. Ja, ich weiß nicht, wie lange man brauchen würde, um sich diese Strecke hier komplett einzuprägen. Ich glaube, viele Kurven sind da recht dankbar, weil die einfach gar nicht so blind sind und recht gut einsehbar. Aber es gibt auch schon viele, so wie sowas hier zum Beispiel, wo du einfach nicht weit genug in die Kurve gucken kannst und dementsprechend wissen musst du, dass da die Nähe ist und kannst halt nicht komplett nach Auge fahren. Oh, okay, hier sind wir wieder zu schnell. Und auch hier sind wir zu schnell. Oh, na ja. Das ist doch echt eine geile Sache. Ist komplett kostenlos. Link dazu in der Videobeschreibung, runterladen. Und schöne bewährte mal Race Department da lassen. Ich weiß nicht, ob der Fanalfi einen Donation-Button hat, aber auch da könnt ihr natürlich, das haben mittlerweile viele Modder, einfach Paypal-Konto, wo man dann eben mal, keine Ahnung, 1, 2, 5, 80 Euro oder wie viel auch immer man da locker machen möchte, locker machen kann. Aber auch da ist es komplett freiwillig. Ich wollte doch sagen, da ist doch diese Stelle. Jetzt will ich auch mal gucken, wo geht's denn hier lang? Aha, ein riesiger Parkplatz. Das ist natürlich eine Menge. Kann man hier vorbei? Nein, schade. Aber guck mal, allein so eine Wiese, wo eigentlich keiner ist und keiner hinguckt, überall verschiedene Büsche, 3D-Gras, verschiedene Bäume. Oh. Nice. Und wie war das jetzt hier nochmal ein bisschen Vollgas und man kann schon grenzen, glaube ich. Hier auch komplett Vollgas, aber hier müssen wir jetzt bremsen. Weil wir sonst in die Holzleitplan gefahren. Glück gehabt. Dann jetzt hier nochmal links, rechts, links. Nur links, rechts und dann geht's ja geradeaus. Dann ist noch diese Runde geschafft. Oh, schade, fällt der Knopf. Ah. Da. Den wollte ich doch. Ja, sehr schön. Das war es mit dieser Mod-Vorstellung hier vom Feldbergring. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also ich glaube, ich habe herausgearbeitet, wie detailreich, wie optisch beeindruckend das Ganze hier ist. Denn es ist es wirklich. Es ist es wirklich. Wir tun mal so, als sind wir ein generischer Zuschauer. Ich verabschiede mich und wir freuen uns auf die Dinge, die da kommen. Und ja, haut rein. Danke, dass du zusehen. Macht's gut. Donnerstag übrigens noch. Assetto Corsica Community Rennen. Wollte ich nur mal Bescheid sagen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Haut rein. Tschüssi. Tschüssi.